Willkommen miteinander hier nochmal im großen Saal am Ende eines ereignisreichen Tages. Es ist schön, dass wir alle zusammenfinden. Jetzt gibt es auch keine parallele Session mehr, sondern alle, die hier sind, sind richtig und alternativlos. Wir haben das Abschlusspanel genannt von Prometheus zum Posthumanismus, wie Technologien das Theater verändern. Und ich begrüße mit mir hier oben Bianca van der Schoet. Sie ist Regisseurin, Performerin. Sie hat an der MIME School in Amsterdam studiert, hat ein Performance-Label gegründet zusammen mit Susanne Borchardt, arbeitet viel im Bereich Visual-Künste, Visual Statements. Sie ist Hausregisseurin, haben wir gerade entschieden, nennt man das wohl, am Theater Rotterdam, produziert dort. Und deswegen hatten wir sie hier gebeten, zu uns zu kommen, weil es einfach Arbeiten sind, mit denen wir in Berlin vertraut sind. Sie ist Mitarbeiterin und Performerin in Kunstwerken von Susanne Kennedy und war dabei bei Woman in Trouble hier an der Volksbühne, war jetzt unlängst dabei oder spielt in Coming Societies, läuft hier im Repertoire. Wir haben uns entschieden, bei Bianca das so zu machen, dass wir auf Deutsch sprechen können. Alle hier oben auf dem Panel, das versteht sie gut. Ich werde meine Fragen auf Englisch formulieren, so es mir gegeben ist. Und wir probieren es zusammenzubauen. Bianca van der Schoet wird auf Englisch antworten. Das ist die Verabredung. Ich begrüße ganz außen Ulrich Rasche, geboren in Bochum. Er ist Regisseur, bekannt geworden mit Chor-Theater. Er ist dreimal inzwischen eingeladen zum Berliner Theatertreffen und auch beim aktuellen Theatertreffen zu sehen mit einer Produktion aus Dresden, das große Heft nach dem Roman von Agota Christoph. Und ich begrüße Christopher Rübing in der Mitte, Regisseur, geboren in Hannover. Aktuell ist er Hausregisseur in den Münchner Kammerspielen und eben dort noch, solange Matthias Lilienthal dort ist. Er produziert regelmäßig im Deutschen Theater Berlin, also direkt nebenan. Zuletzt, und das ist eine Arbeit, auf die wir sicherlich häufiger zu sprechen kommen auf diesem Panel, in der Sache J. Robert Oppenheimer. Und er ist auch dreimal bereits zum Berliner Theatertreffen eingeladen im aktuellen Jahrgang mit dem zehnstündigen Theater Marathon Dionysos Stadt. Und dieses Stück hat gewissermaßen so ein bisschen die Stichworte für unseren Titel gegeben. Von Prometheus zum Posthumanismus. Da gibt es ein ganz schönes Intro. Also ich empfehle ja jedem, so dass es noch Karten gibt, dort hinzugehen nächste Woche. Da gibt es ein schönes Intro, in dem ein bisschen geguckt wird, wie befinden wir uns eigentlich aktuell in welcher historischen Situation, wo kommt die Menschheit her, wo wird sie hingehen? Und dann zoomt dieser Abend so ganz langsam weg und sagt in 150, also wenn die Biologie weiter gut arbeitet, die Biochemie weiter gut arbeitet, werden wir bald eine Lebensspanne von 150 Jahren haben. Und dann zoomt der Abend noch weiter weg und irgendwann träumt er sich die Hochzeit von Mensch und Alien daher, ja zum Malien. Und da hatte man so das Gefühl, ah ja, da wird so eine große Menschheitsgeschichte probiert und zwar mit dem Fokus auf Kulturtechniken. Also diese Figur des Prometheus steht für uns jetzt im Kontext dieses Panels eben für die Figur, die das Feuer gebracht hat, das Feuer domestiziert hat, also ein großer Schritt in der Menschwerdung des Affen. Bis zu Heiner Müller hin, der ja auch vorkommt in dem Abend, ist er die Figur des Ingenieurs. Also die Figur einer Frage nach der Technik, die immer bedeutet, wir bilden uns in die Umwelt hinein, aber natürlich bildet dieses Instrument oder dieses Werkzeug, mit dem wir da betraut sind, auch reflektiert auf uns zurück und verändert unser Verständnis davon, was wir als Menschen sind. Und dieser Frage wollen wir heute also auch nachgehen, mit welchen Techniken sind wir zurzeit betraut und wie verändern die unser Selbstverständnis? Vielleicht zwei wichtige Schritte, die uns bewegen. Das eine ist sicherlich das Stadium der Industrialisierung, in dem der Mensch beginnt, sich als Peripherie der Maschine zu begreifen, also wo der Mensch anfängt, organische Prozesse darauf abzustimmen, dass in bestimmte Zeittaktungen reinkommt, wie im Taylorismus und anfängt, sich selbst wie so eine Art Werkzeug zu verstehen. Und jetzt stehen wir am Beginn einer neuen industriellen, postindustriellen Revolution an einem Punkt, wo wir bemerken, der Mensch selbst ist nicht nur Werkzeug, sondern womöglich ist es auch verbesserungsfähiges Werkzeug. Also das wäre diese Fantasie des Posthumanismus, Transhumanismus. Also wir sind in einem Stadium, wo wir überlegen, lässt sich nicht eigentlich diese ganze Kapazität, die wir haben, weiter vervollkommenen und enhancen, wie das dann immer in der einschlägigen Fachliteratur heißt. Ja, also vom Doping, das kennen wir ja noch alle, oder vom Impfen oder bis zu Schönheits-OPs, das sind alles sozusagen so technische Maßnahmen, unsere organischen Gegebenheiten zu erweitern, bis man möglicherweise eben dorthin kommt, dass es gar nicht mehr so richtig als Mensch anzusprechen ist, was wir dort dann vor uns als Lebensform haben, sondern vielleicht eben tatsächlich als posthumanes Wesen. Also diese Fragen wollen wir heute stellen. Bevor wir ins Gespräch gehen mit den dreien, habe ich gedacht, wir zeigen mal drei Trailer von Arbeiten, um die es hier geht, en bloc, damit alle so einen gewissen visuellen Eindruck zumindest davon haben, welches Theater hier im Gespräch ist. Es ist der 12. April 1954. Der Abwurf der Atombombe über Hiroshima war eine politische Entscheidung, nicht meine. Wie viele wurden getötet? 70.000. Ich kenne niemanden, der nach dem Abwurf der Bombe nicht schreckliche moralische Skrupel gehabt hätte. Julius Robert Oppenheimer ist ein Mann des letzten Jahrtausends, begeistert von der Idee einer klassenlosen Gesellschaft, beseelt vom Konzept der heiligen Privatsphäre, aber vor allem ist er der Inbegriff des Skrupels, der fleischgewordene Zweifel, ein Prophet des Zögerns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The Smile I am searching for something, I know not what, I'm like a bag of gum. I'm like a bag of gum. You will stay at you until the war is out. She kisses us and goes forward. We call her Großmutter. Aber sie nennt uns Wundersöhner, die großen Kinder. Ja, wir gehen raus, weil wir gesagt haben, etwa so eine Minute für jeden Trailer. Wir haben auch die Chance, genau diese Arbeit noch zu sehen beim Theatertreffen. Das ist nämlich das große Heft aus Dresden. Beginnen wir auch gleich mal mit Ulrich Rasche. Dieser Tag der Konferenz steht ja unter dem Begriff die Innovationsschraube. Und heute früh haben wir gelernt, Innovationen sind einfach nicht nur, dass das Neue eingeführt wird, sondern eigentlich auch das Neue, das imitationsfähig wird oder das Neue, das sozusagen paradigmenbildend wirkt. Wir kennen das eigentlich in der Kunstsprache weniger unter dem Begriff der Innovation, sondern eigentlich unter dem Begriff der starken Handschrift. So heißt es dann immer, ja, die starke Handschrift. Die starke Handschrift, mit der Ulrich Rasche hier verbunden wird, ist oft, wenn man so Stichworte dann liest, sowas wie auch das Maschinentheater, der Chortheater als Maschinentheater. Also Chortheater gab es natürlich schon weit vor dieser Form des Theaters. Aber diese Art, mit der Bühne auf den Chor zuzugreifen, das ist neu eigenständig und das verbindet man stark mit ihren Arbeiten. Ist eigentlich so ein Begriff wie das Maschinentheater des Ulrich Rasche eher ein Fluch oder Segen? Beides. Die Marke, die ist erstmal gut, glaube ich, wenn ich jetzt mal das von außen betrachten möchte. Für mich selbst ist der Begriff fremd, weil ich mir ja nicht ausgedacht habe, Maschinen auf die Bühne zu setzen, die dann eine bestimmte Wirkung haben. Das ist eine Entwicklung, die hat ja lange begonnen. 2004 eigentlich im entkernten Palast der Republik hier in Berlin, wo ich damit begonnen habe, Chöre über einen Laufsteg, über einen Steg laufen zu lassen. Das war orientiert an Paraden, an Demonstrationen. 2004 gab es die Proteste zur Einführung von Hartz IV. Das erschien mir in den Nachrichten, die ich gesehen habe, als ein leeres Ritual, eigentlich als eine Demonstration, denen ein Ritual fehlte. Und ich habe mich gefragt, wo ist das eigentlich geblieben? Wo ist uns das abhandengekommen? Und ich habe mich natürlich mit Brecht, Eisler, Weil mit der Musik beschäftigt, mit den Protestliedern, mit den Arbeiterliedern. Und habe dann durch verschiedene Montagen von unterschiedlichen Autoren eine Art Arbeiterloop gebaut, über eine 36 Meter lange, ein langen Steg, eine Paradespur, wo links und rechts die Zuschauer sitzen konnten. Und da traten dann immer unterschiedliche Gruppen, Sprecher und Sänger, Chöre, die in Stimmgruppen geteilt waren, auf und marschierten unter dem Verdikt eines, oder unter dem Diktat eines Rhythmus, der von der Musik kam, liefen sie in diesem Takt, der auch durch eine Lichtsituation, die so zebrastreifenartig über diesem Steg angebracht war, diesen Parcours ab und konnten hinter den Zuschauern wieder zurücklaufen und traten dann wieder auf, um diese Parade von Neuem zu vollziehen. Das war jetzt sozusagen die Genese dessen, aus dem Gemühen oder aus dem Interesse daran, Menschen in Bewegung zu sehen. Auf der Bühne kam dann die Idee, Laufbänder zu erfinden. Das ist dann in Stuttgart passiert. Und so hat sich dann mehr und mehr diese Ästhetik etabliert. Und ein bestimmt wichtiger Wendepunkt war für mich die Begegnung mit Georg Büchner. Ich habe ja Wojciech bereits inszeniert in Basel, aber Dantons Tod am Schauspiel Frankfurt war so die Initialzündung, die Beschäftigung mit der Französischen Revolution. Und da gibt es ja von Büchner diesen berühmten Fatalismusbrief, in dem er erkennt, dass der Ablauf der Geschichte sich permanent wiederholt, dass der menschlichen Natur eine entsetzliche Gleichheit innewohnt. Das sagt er ja, steht hier auch, und dass in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt zu finden ist, die allen und niemanden verliehen wird. Also er stellt eine Ohnmacht eigentlich fest anhand der Studien der Französischen Revolution, dass nichts, was angefangen wird, was gewendet werden soll, zu dem führt, dass es besser wird, sondern alle Verhältnisse eigentlich sich stärker wiederherstellen, als sie vorher dagewesen sind. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, ist das Stichwort. Und dann schreibt er zum Ende dieses Briefes, dass er sich fühlt wie ein Automat, weil in ihm selbst keine Regung mehr stattfindet, keine Emotionen mehr vorhanden ist. Ein Automat, der seelenlos ist. Das ist vielleicht der Nullpunkt, glaube ich, bei Georg Büchner einer solchen schriftstellerischen Biografie. Und dann könnte man jetzt denken, aha, so sieht es aus beim Rasche, deswegen laufen die alle so automatisiert über die Bühne. Deswegen gibt es diese Maschine, aber das ist nicht der Punkt. Von diesem Punkt bin ich begeistert. Das kann ich biografisch auch mit mir zusammenbringen. Vielleicht kennt das jeder von sich, wo er doch so eine Erkenntnis hat, dass man ohnmächtig ist gegenüber seiner eigenen Biografie oder Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie man glaubte, dass sie von sich selbst aus gestaltet werden können. Und dann schaue ich mir aber an, dass Büchner, der Fatalismusbrief ist von Januar 34, dass er dann im März 34 Kraft genug hatte, um den hessischen Landboten noch zu schreiben. Das ist ja genau das Gegenteil. Also er fängt dann an, eigentlich ein politisches Pamphlet aufzusetzen, sich für die Unterdrückten einzusetzen, gegen die Obrigkeiten aufzubegehren. Und das ist eine tolle Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass jemand, der trotzdem eher weiß, welche ehrenden Gesetze im Dasein, in der Existenz des Menschen ist, in der menschlichen Natur, dass der trotzdem fähig ist und sich in die Mühen begibt, gegen diese ehrenden Gesetze anzugehen. Und wenn Sie jetzt die großen Räder, diese Maschinen, diese endlosen Läufe bei mir anschauen, dann ist das diese, meinetwegen kann man mal so sagen, ist das diese Büchnerfigur, die da als Automat, als seelenloser Mensch herläuft und da mit aller Energie versucht, sich dagegen aufzulehnen. Also das ist doch das, was uns eigentlich übrig bleibt. Nur vielleicht können wir dem in einer gewissen Weise alle folgen, dass wir diese Einsicht haben. und trotzdem sitzen wir nicht zu Hause, werden depressiv oder verfallen im Alkohol, was auch passieren kann. Aber sich dennoch, und das ist ja die Aufgabe eines Theatermachers, dafür gibt es diese Institution, sich einzusetzen und den Kampf aufzunehmen. Das ist etwas, was ich gerne beobachte, weshalb es diese Räume gibt, weshalb es diese Kreisläufe gibt, weshalb ich aber einen Mensch beobachten kann, der jetzt alle seine Kraft zusammennimmt, um dagegen angehen zu wollen. Dieses komplexe Bühnenbild, das diese Arbeiten haben, ist ja auch ein Mittel der Gliederung dieser Massen, ein Mittel der Gliederung dieser Chöre. Also zum Beispiel hier erleben wir zwei Töpferschreiben, wenn man es mal so nennen will, anders als beim Wojcik, wo es eine war, also um Chor gegen Chor besser zu organisieren. Wohnt so eine Ästhetik da? Also wenn man jetzt auf den Begriff der Innovationsschraube kommt, wohnt da auch so eine immanente Steigerungslogik drin? Weil es ist jetzt ja tatsächlich auch so, dass bestimmte Häuser, wie gerade Berlin, diese Bühnen in ihrer Komplexität gar nicht realisieren können. Ist das eine Gefahr dieses Umgangs? Es geht eigentlich nicht um Steigerung von Komplexität, sondern um Differenzierung. Das ist etwas, was mich interessiert. Ich könnte jetzt auch von einer ganz anderen Weise aus beschreiben, woran ich arbeite, nämlich von der musikalischen, von einem vorgegebenen Metrum, worauf sich Individuen einlassen. Also wenn Sie, ich bin kein Musiker, aber viele kennen sich da wahrscheinlich besser mit aus, der Dirigent, die Komposition, die auf einem Metrum läuft, wo es eine BPM-Vorgabe gibt. Das sind alles Dinge, Techniken, die ich selber auch verwende in meinen Arbeiten. Wenn Sie wissen, wie viele Notenvariationen es gibt, alleine in der Bewertung einer Note, Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntel, Triole etc., dann sind das Versuche, die Sprache differenzierter in dieses Verhältnis zu der Ordnung, zu der Struktur, die ich vorgebe, zu organisieren. Das mag komplexer sein, aber die Differenzierung ist die Komplexität. Das heißt, es wird eigentlich feiner, dadurch aufwendiger. Es geht nicht darum, größer, mehr zu bauen, sondern eben zu verfeinern. Bianca von der Schott. Ulrich Raschef spoke about the heritage of the 19th century, the dialectic between the individual and the masses. You are a collaborator and performer in a performance that is called Coming Society, which is the play after Woman in Trouble. Also a huge production at Volksbühne. In this play, this is an installation that we enter as spectators. We see characters that look more like avatars rather than humans. They have headphones. They relate to a given text that is not their own. It's got a kind of cool atmosphere. It's got everyday rituals, but also ancient rituals. It's got a very artificial style, so to say. Do you think that is what the coming society looks like? Is that the society that we will enter in a few years? Maybe it's already here. Yeah, for me it is not so about alienation, this piece. I think it is more maybe pointing out to what we already are doing. Like, so using... We are not using masks now, but not using your own voice or see your body as a vessel or an avatar where things or emotions or roles or text is coming through, going out, going in, like just moving through. And so what is identity and what is a coherent person? So what is the I or the me or the... I think that it's also questioning that, the forms we are choosing. It's not only about the future. It's also about the now and just relating to... I don't know what... It's not to own this body and these gestures and this language I speak now. Just to see it as an avatar I play at this moment. And maybe next life I get another avatar. You have studied at MIME School in Amsterdam. Is this training important for you to take part in performances like this? Is it maybe harder for actors to enter productions like this? I don't know, but it is part of... We collaborate a lot with Suzanne Kennedy and we also developed the practice I think learned at MIME School. We developed it also together with Suzanne Kennedy in all the performances we made together. Also in what kind of attitude the performers have on stage. And what the MIME School was teaching me is, I guess, maybe more the art of not to act than the art of acting. So it's more about studying this zero position, this nullpunkt, where you can maybe play yourself as an avatar or as a puppet or as a... So where you are not... Yeah, as neutral as possible. That's of course not possible because our bodies are... We have signs of our lives or lives before us. I don't know where my signs are coming from. So trying to be as neutral as possible, that is what I studied for four years long, I guess. And that is making me, I think, a different performer than an actor or a dancer. So the saying, I am Hamlet, that is for me, that are already so much, that is so much. There is so much assumptions in it as well. Who is the eye? Who is the body? What is the room? What is the role, the Hamlet or whatever the name is? So I like to be more on the threshold of this. So more to stay a little bit back and to look at what is the... Maybe this in-between zone in where I become a person or become a human. Or maybe I was a human and I'm... So maybe we are not fully human yet. And what is this body then? How can I develop this body? So I think the practice I did in mime school is also very much... It became the content of the work I do. So the form and the content are coming together. So you are looking for this moment of transformation of the physical object into a kind of character, still a kind of character? Yeah, it's also a little bit of practice of how can you be, as a human, be a thing in-between things. So... Why is the theatre the right place to raise this question? Because some people could say this would fit in perfectly in a museum because it is very much about vision, about being in a space. Yeah, I don't know. A lot of the performances I make can... This conversation I have also with Susan Bogart, who I collaborate with a lot. So maybe we have to go to the museum. But I love the... I think the gathering is very important and sharing time together and the gathering of bodies. So I... For me, it's always very interesting to look at the role of all the bodies in space. Not only the body of a performer, but also the body of the audience and all those separate bodies. And how do we connect? Or how do we... How do we gather? In what kind of form? Now we have the form of four bodies here and the rest is sitting there. And we... Like... This awkward... Watching to each other. So... And who is watching who? And who is like the... The participant? And who is the... So what is the... What... What kind of roles are coming out of this structure or this setup? So to think about the setup of bodies is for me always very interesting. And in a museum... Yeah. People walk in and out. Yeah. Yeah. And... Yeah. We open up for participation in about 15 minutes. Christopher Rüping, in unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, ach, das ist ja eine spannende Position auf diesem Panel. Ich sehe mich irgendwie dazwischen. Also mit dem Blick schon Richtung Coming Society. Also ich linse dahin, aber bin da sicherlich noch nicht. Sie kennen doch Susanne Kennedy, die kennt ja sehr gut auch von den Münchner Kammerspielen natürlich. Was ist diese Position dazwischen? Lässt sie sich beschreiben? Zwischen den beiden jetzt? Ja. Ja, das ist natürlich jetzt hart, weil da muss ich was... That's why I want to sit in between of you. No. Das ist natürlich jetzt hart, weil da müsste ich jetzt ja über die Arbeiten von den anderen reden. Und das ist auf jeden Fall... Von dir habe ich eine gesehen. Bisher, deswegen wird es dann wahrscheinlich ein bisschen... Ich hatte nur so das Gefühl, dass bei dem... Also was ich meinte mit dem dazwischensitzen oder so ist, dass ich so das Gefühl habe, oder ich versuche erstmal nur über meine Sachen zu reden, oder? Es war irgendwie eitel, aber irgendwie auch weniger übergriffig. So. Also... In... In den Arbeiten jetzt... Also jetzt... Der Trailer war ja von Oppenheimer, ne? Und der Titel lehnt sich ein bisschen an Dionysos Stadt an, oder so. Da... Also die Fragen, denen wir uns ja alle stellen, oder die sich jeder stellt, ne? Die du jetzt ja schon... Die Sie jetzt schon so ein bisschen... Jetzt geht's nämlich los. Die Sie jetzt schon ein bisschen genannt haben. Ähm... Ähm... Wie positioniert man sich dazu, ne? Hallo. Ähm... Und zwar ist es in meinen Arbeiten, habe ich das Gefühl... Also es ist nicht so, dass die Technik was mit den Menschen macht, sondern es ist tendenziell eher so, dass die Menschen was mit der Technik machen. So das vielleicht ein bisschen anders als bei Susanne und vielleicht ein bisschen anders als bei dir. Du sagst, sie lehnen sich dagegen auf, gegen diese Maschinen oder so. Ähm... Ähm... Aber ich hab das Gefühl, dass es wie noch dazwischen ist und fast... Wahrscheinlich ist das fast so ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. Wenn ich... Hier auf dem Panel habe ich das Gefühl, jetzt bin ich... Da hab ich so eine naive Position, dass ich eher denke, es ist jetzt nicht so... In meinen Inszenierung würde ich jetzt nicht sagen, es wird etwas mit den Menschen gemacht, sondern die Menschen machen etwas mit der Technik, die uns zur Verfügung steht. Also jetzt zum Beispiel bei Oppenheimer ist es so, zunächst mal benutzen die Performer, die Schauspieler benutzen die Technik, die benutzen die Kamera, die Mikrofone, die benutzen das Bühnenbild. Und dann irgendwann werden sie abgelöst. Durch diese fahrenden Staubsaugerroboter, sagen wir so wie es ist. Also diese kleinen Lichter, die da so über die Bühne fahren. Da werden die Performer irgendwann durch diese... Von der Technik abgelöst, so. Aber bis dahin benutzen sie die Technik. Und ich frage mich eher... Also ich bin noch so an dem... Oder ich bin an dem Punkt, wo ich mich frage, gibt es eine Möglichkeit... Also ist es wirklich schon so, dass wir so dominiert sind von der Technik, dass wir quasi zu unseren eigenen Avataren automatisch werden. Also auch gegen unseren Willen, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Oder ist es wie auf so einer Spielweise ein weiteres Tool oder eine weitere Möglichkeit, die wir haben, um mit dieser Technik umzugehen. Und da bin ich irgendwie nicht entschieden. Deswegen das meine ich mit dem Dazwischensein. Einen Schritt gibt es ja noch in dieser Auseinandersetzung mit Technik. Also nicht nur die Ablösung hinten raus mit diesen witzigen Robotern. Sondern in Oppenheimer ähnlich wie auch schon in Trommeln in der Nacht. Also so einen ganz ausgestellten, expliziten Rekonstruktionsprozess. Also es beginnt eigentlich erstmal damit, dass man den alten Text vorstellt als einen schon konservierten. Und an denen müssen sich jetzt die Spieler irgendwie annähern, um sich sowas wie Figuren zu greifen. Ist das jetzt eigentlich eine Art Neuauflage einer Brechtschen Verfremdungsästhetik? Oder wie seid ihr überhaupt zu dieser Technik gekommen? Nee, das ist genau wie Bianca gesagt hat. Also es ist so... Ich finde auch, es ist ganz schön krass, wenn jemand sagt, ich bin Hamlet. Also ich finde, das ist irgendwie ein heftiger Vorgang. Findest du das auch eigentlich? Oder würdest du jetzt sagen, nee, ich finde es eigentlich ganz gut? Ich würde ja immer das als Einübung verstehen. Also ich finde das eigentlich interessant, dass Büchner schreibt vom Automat. Du sagst von einem Körper, der nicht mir gehört, eine Rolle, die nicht mir gehört. Und dann muss ich sozusagen in eine Hohlform hinein. Und meine individuelle Kraft oder meine Gedanken darin ausüben. Und dann gibt es diesen Moment, wo diese Tonfigur reist und der Mensch für die Zeitspanne seines Lebens bei sich selbst angekommen ist, während er dann am Ende des Lebens wieder zu einer Hohlfigur wird, wo dann wieder ein anderer vielleicht hineinkommen kann. Ich weiß nicht. Wow, okay. Also... Nee, aber ich glaube, genau das, was du ausweist, was auch Bianca gesagt hat, was wahrscheinlich viele von uns beschäftigt ist, man will den Vorgang sehen, wie sich jemand einer Figur annähert. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene... Wahrscheinlich. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Techniken, um das zu tun. Und meine ist halt relativ häufig am Anfang... Jetzt Oppenheimer, ne? Für die, die es nicht gesehen haben. Es läuft morgen Abend, aber da drüben gegenüber. Aber für alle anderen, die jetzt nur den Trailer gesehen haben und morgen nicht mehr da sind. Am Anfang ist es erstmal so, die Schauspieler sitzen da auf der Bühne, reden in diese Kameras rein und kriegen den Text, eingesprochen von einer Schauspielerin, die neben den Kulissen sitzt. Das ist ein bisschen, auch wie häufig bei Susanne, also so in die Richtung jedenfalls. Und für mich gibt es denen, die Schauspieler, die Möglichkeit, nicht von vornherein mit dem mimetischen Druck aufzutreten. Also dem, ich bin jetzt gleich aber erstmal Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe, der vor 50 Jahren die Atombombe erfunden hat. Sondern ich bin jetzt erstmal Felix Göser oder so. Und jetzt lade ich mich über die Informationen, die ich bekomme, über den Text, der mir eingesprochen wird, lade ich mich nach und nach mit Bits und Pieces, mit Fragmenten dieser Figur auf. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass was miteinander verschmilzt. Oder ich finde eigentlich das Sprengen, was du gesagt hast, finde ich eigentlich ein besseres Wort dafür. Dass sozusagen diese Tonfigur Oppenheimer gesprengt wird vom Schauspieler Göser, der sich da jetzt so rein bewegt hat. Und jetzt entsteht so eine Mischform. Und in den besten Arbeiten, finde ich, gelingt es einem, diesen Annäherungsprozess parallel zu legen mit einer inhaltlichen Entwicklung, die die Figuren machen. Zum Beispiel bei Oppenheimer ist es so, Oppenheimer hat die Atombombe erfunden und wird jetzt verhört. Und eine Frage ist, hat er eine Schuld auf sich geladen oder nicht? Was Oppenheimer macht am Anfang ist, er sagt, nee, ich war nicht schuld, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Er hält diese Schuld von sich fern, bewusst. Also er blendet bestimmte Dinge aus und kämpft gegen seine Schuld, kämpft gegen diese Maschinerie der Belastung, die dieses Verhör darstellt. Und nach und nach lässt er aber die Schuld zu. Und parallel zu diesem jetzt mal rein inhaltlichen, rein exegetischen, dramatischen, mimetischen Vorgang passiert das, dass ein Schauspieler sich an eine Figur annähert und die Figur nach und nach zulässt oder mit ihr verschmilzt. Das ist dann, wenn es besonders gut gelingt, wenn der Prozess der Annäherung an die Figur, ohne jemals zu vergessen, wer man ist, wer man war oder wer man sein will, wenn dieser Prozess der Annäherung an die Figur inhaltlich parallel oder sozusagen kontrapunktierend zu einer Entwicklung der Figur innerhalb des Stücks läuft. Dann fühle ich mich besonders sicher oder glücklich. Ihr habt jetzt für alle auf unterschiedliche Weise ein bisschen über die Krise der Repräsentation gesprochen. Also die Figur ist nicht mehr gegeben, sondern man muss die aneignen. Nun gibt es ja noch so ein drittes, Bianca, in German debate. We've had a debate about the role of acting in contemporary theatre. It's not a debate about representation. I am Hamlet. This is what I do. But about spontaneous expression. Now, last year at Theatertreffen, we had a huge controversy by Fabian Hinrichs, who said in these very conceptual evenings, we lack spontaneous action. Hinrichs is not an actor who says, I am Hamlet. He basically says, I am Hinrichs, and this is what I do. And he's not out for representation. He's also out for spontaneous action, for doing it differently each evening as a kind of essential component to theatre. How do you react to people when they approach your theatre and say, where's the freedom? Where's the spontaneous part? Where's the chaos? Chaos is a different word for me, because I think there is a lot of, not in maybe the work I make together with Susan Kennedy, but in my own work there is a lot of chaos. So, but freedom and, I don't know, it, this spontaneous act is, I don't believe in it, because I think scripted reality is everywhere. So even, I don't know, in the bedroom. So what, how do we have sex? Is that spontaneous? Or are we scripted or imitating something we saw or think we have to do? So this is a very complicated word, spontaneity, I guess. And in theatre you have always this, this thing of strange confirmation that, that you laugh and, or we, I hope you like me. And as an actor you are, you want to be seen and you want to, to be confirmed in your role as audience. So, so this spontaneous act is also part of this script we have together, this, this bounce of, of acting and reacting on each other as an audience. So the spontaneity in theatre, I don't know. Well, Dirk Becker, who had a talk the other day, just a week ago, he said data capitalism is very much about forecast efficiency. And the forecast efficiency of Amazon at the moment is 60%. So maybe the 40%, which isn't predictable by the system, is maybe the freedom I'm speaking about. But maybe the freedom is, is that you can enjoy things. I don't know. Or the freedom is that you can change yourself, or that you can experience something that, and that can also be when Fabian Hinrich is being spontaneous, then you can experience something. And you can also experience something if I play back a script that is clear, that it's scripted, because that I think is also having an honesty in it, as we point out, we are scripted individuals in a way. And I don't know, so, yeah. Wie wird das dann in Münchner Kammerspielen diskutiert? Weil Christopher Rübing ist als Hausregisseur ja in gewisser Weise auch mitverantwortlich für das Ensemble, oder er kennt natürlich die Stimmung da gut. Erreicht solche Diskussionen überhaupt das Ensemble, oder sagen die, nö, wieso, das ist doch in diesem ganzen Portfolio, das das Stadttheater so hat, eine schöne Note, dass man auch mal diese physische Konzeptkunst mitmachen darf? Wow. Das ist natürlich jetzt für ein Ensemble, das ist erstmal ein Zusammentreffen von so vielen verschiedenen Menschen, dass ich das jetzt nicht sozusagen für das Ensemble der Münchner Kammerspiele sprechen kann. Außer, dass ich natürlich sagen kann, dass die jetzt die Schauspieler an den Kammerspielen hat diese Diskussion erreicht. Also ich meine, in dem Jahr, als Fabian Hinrichs das gesagt hat, da waren wir ja auch da. Da haben wir Trommeln in der Nacht und waren nicht auch Mittelreich Black. Im selben Jahr waren relativ viele Schauspieler da vertreten. Unter anderem auch Christian Löber, der ja auch viel mit Susanne arbeitet und in ihren Arbeiten vorkommt, der da bei Trommeln in der Nacht mitgespielt hat. Und ich erinnere jetzt mehrere Gespräche mit ihm, wo er wirklich aufgewühlt war davon, weil sich ihm eine Frage stellte, und zwar ist die Frage, glaube ich, weniger, wie sich, also, das ist jetzt schwierig für wen anders zu reden, aber ich glaube, dass in den meisten Arbeiten von Susanne ist ja auf jeden Fall gelingt, dass die Schauspieler so weit auf die Reise mitgenommen werden, dass sie sich als Teil dieses Konzeptes fühlen und nicht als Ausführende des Konzeptes. Dass sie schon das Gefühl haben, ohne sie würde es nicht stattfinden. So. Und ich glaube, also was Fabian Hinrichs natürlich massivst unterschätzt ist, dass ein Teil von dem, was die Schauspieler machen, auf der Bühne stattfindet, ein anderer Teil findet auf den Proben statt. Und da finde ich es die Verantwortung von einem Regisseur, von einer Regisseurin, jedem, der daran beteiligt ist, eine Tür zu öffnen in den Probenprozess rein, sodass der Spuren hinterlassen kann oder die Spuren hinterlassen kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann verstehe ich, dass man sich zu Dienstleistern degradiert fühlt. Wenn einfach jemand kommt und sagt, also pass mal auf, du gehst jetzt da und machst jetzt das, ohne zu erklären warum, ohne eine Diskussion darüber zuzulassen, warum das so sein soll. Ich finde in dem Moment, oder was es bedeutet oder wie es sich anfühlt, in dem Moment degradiert man Künstler zu Dienstleistern. Das finde ich auch. Was aber jetzt mit Fabian Hinrichs unterschätzt ist, dass viele der Leute, würde ich jetzt sagen, die zum Beispiel mit Susanne arbeiten, dass die nicht dazu gezwungen werden oder so, oder auch nicht einfach dahin verführt werden, sondern dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ja, genau. Es ist eine bewusste Entscheidung, so Theater zu machen, weil man das Gefühl hat, dass es einen Teil von Wahrheit enthält. Und zwar gibt es, finde ich, und durchaus nachvollziehbar, eine Möglichkeit, die Welt so zu verstehen, dass der Mensch halt nicht im Zentrum steht. Also warum sollte man ein Theater machen, wo immer der Mensch im Zentrum steht? Wenn das eine Entscheidung ist von einer Gruppe, finde ich, stellt sich die Frage, die Fabian Hinrichs aufwirft, überhaupt nicht. Also es ist gar keine Frage. Abgesehen davon, dass die Ansage von ihm relativ schnell in die Einsamkeit führt, nur in den Solonummern. Also wenn man ihn so ein bisschen begleitet, dann ist ja schon auch klar, welche Theaterform ihm davor schwebt. Und das jedenfalls nicht meine. Ulrich Ratschel hat auch gerade noch gezuckt. Es war ein deutliches Zucken zu sehen. Ich würde mich der Frage nach, was... Also mein Theater steht eigentlich für eine dezidierte Kritik an einem Theaterbegriff, der Spontanität, Improvisation, übersteigerte Ich-Bezogenheit ins Zentrum setzt. Ich glaube eigentlich, dass das zur Folge hat, dass wir heute nur noch wiederholen von dem, was vielleicht 25 Jahre an der Volksbühne gesehen haben und Kastorf und sein Ensemble in hervorragender Weise in die Theaterlandschaft gebracht haben. Aber es kann nicht sein, dass dieses Bild von Freiheit, Improvisation jetzt allen anderen aufoktroyiert wird. Ich glaube auch, dass wir gesellschaftlich in einem Punkt stehen, wo es ein neues Nachdenken darüber geben muss, wie wir zusammenkommen. Also wir müssen über Zusammengehörigkeit und nicht über Vereinzelung, was du gerade gesagt hast, was unter Umständen dahin kommen kann, dass jeder alleine seine unbedingte Freiheit ins Zentrum gesetzt hat. Ich bin ein wahnsinniger Fan von Pina Bausch, habe sehr viel in meiner Jugend in Wuppertal gesehen. Mich hat schon damals die Diversität des Ensembles enorm begeistert, weil es Tänzer waren, war es eben auch möglich, international die Kompanie zusammenzusetzen. Die Tänzer haben auch gesprochen, das waren große Akteure, das waren ganz starke Individuen, die da in Wuppertal auftraten. Und dann gab es immer diese Momente, und dafür ist die Bausch ja auch berühmt, der Diagonalen oder der Kreisformation in Kontakthof, wo dann diese Individuen sich zusammengeschlossen haben zu diesen Ritualen auf einer Diagonale von links hinten nach vorne rechts über die Bühne zu laufen, hinter den Kulissen wieder hervor und eine ganz einfache Choregrafie gemacht haben. Das kann man ja auf YouTube diese Tutorials heute noch nachschauen, bei Nelken, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und alle Darsteller vereinen sich dann in einer Reihe, in einer Struktur, in einer gleichgeschalteten Gruppe. Ja, man müsste fast sagen totalitär, was mir heute vorgeworfen wird. Aber was ich dann beobachten konnte, mit welcher Ruhe diese Tänzer auf mich zugekommen sind. Ich musste nicht mehr anschauen, was mir vorgemacht wird, weil es so oft wiederholt wird. Das heißt, die Wahrnehmung konnte sich verlagern auf etwas Wesentlicheres, auf etwas, was ich jetzt nicht mit individuell nur beschreiben möchte, trat etwas hervor, was ich außerhalb von Spontanität, von Authentizität, von Chaos ablesen, beobachten oder ich beobachten konnte. Eine unglaubliche Nähe, ein Blick in die Augen und ein Spüren direkt. Und dann kamen die ja auch noch durch diese Zuschauerreihen durch. Und alle machten immer das Gleiche. Im Nottheater ist es ja ähnlich. Ich bin dann gleich fertig. 20 Jahre werden die Schüler auf ein und dieselbe Rolle getrimmt und machen dieselben Gesten immer wieder, überhaupt die ganze asiatische Theaterform. Und dann weiß man auf einmal irgendwann mit 45, obwohl alle Schüler dasselbe gemacht haben, dass da der eine Meister ist, der es besonders gut macht. Für uns unmöglich, diese Unterscheidung zu erkennen, treffen zu können. Für die Japaner in der japanischen Kultur scheinbar normal. Und Fabian Hinrichs, bitte soll mal ins Nottheater gehen. Er hat früher auch mit Laurent wirklich, ich fand es unsäglich, was er da gesagt hat, über die Kollegen generell. Ich will auch Fabian Hinrichs gar nicht gegen uns ausspielen oder gegen mich. Ich finde, man muss akzeptieren, dass es Gruppen Menschen gibt, die andere Interessen haben als er. Er steht für eine bestimmte Generation, für eine bestimmte Ästhetik. Ich glaube, diese Gruppe hat jetzt genug gezeigt, was sie kann. Jetzt sollen andere auch mal vorkommen dürfen. Okay, jetzt sollen andere vorkommen dürfen. Ich möchte gerne ins Publikum öffnen. Gibt es Fragen an das Panel? Bitte schön. Es ist keine Frage, es ist, glaube ich, ein Kommentar. Sie haben das Panel eingeleitet und ich möchte gerne die Begriffe klären, weil alles das, was die Regisseurinnen gerade gesagt haben, den Begriff des Posthumen oder Posthumanismus ausgeführt hat. Sie haben das gleichgesetzt, Posthumen und Transhuman. Das geht nicht. Transhuman wäre das, der Mensch kann weg. Posthumen würde heißen, more than human. Das scheint mir sehr wichtig, weil es eine ganze Diskurskette und eine ganze Diskurswelt gibt, die sich mit Posthumen beschäftigt. Da wird es genau darum gehen, den Mensch zu dezentralisieren. Das geht dann in große Heilsversprechungen. Nur dann werden wir uns vor dem Anthropozän retten können. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, weil, was die drei dankenswerterweise wunderbar ausgeführt haben, scheint mir, was gerade im Theater geschieht, dass man Narrationen sucht, Narrative. Wie könnte ein Posthumen aussehen? Und klar weint man dann, wenn die tollen Schauspieler die Bühne verlassen, weil die uns gelehrt haben, Individuen zu sein oder was auch immer. Aber das, was Sie beschrieben haben, die Rolle, der Text und so, das wollte ich nur einfach kurz ... Nicht, dass es hängen bleibt. Oh, Posthumen könnte auch schlimm sein. Ob es schlimm ist oder nicht. Aber Posthumen und Transhuman sind zwei Welten. Und das ist more than human. Das scheint mir wichtig. Und das ist das, was die Arbeiten ausgeführt und dargestellt haben. Und da scheint das Theater gerade dran zu arbeiten. Ich will jetzt nicht klugscheißerisch sein, aber ich wollte es gerne mitgeben. Ich würde nie behaupten, dass die Schauspieler die Bühne verlassen sollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Schauspieler, der Mensch steht im Zentrum. Es geht nur um eine andere Wahrnehmung und eine andere ... Oder um Wahrnehmung von Verbindung, um Gemeinsamkeiten, um Ähnlichkeiten. Das ist mein Anliegen. Es geht mir nicht darum, Schauspieler von der Bühne zu verbannen und in eine Maschinenästhetik hinein zu geraten, die das Humane nicht mehr in den Mittelpunkt stellt. Das ist absolut wichtig für mich, dass das Zentrum meiner Arbeit ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann frage ich nochmal Christopher Rübing. Der Begriff der Gemeinschaft spielt ja durchaus bei Dionysos statt, weil wir es jetzt nächste Woche sehen können, kann man es nochmal bringen. Auch eine Rolle. Es ist ja eigentlich schon auch der Versuch, ein Ritual zu schaffen oder an diese Dionysien zu erinnern, um eine Stadtgesellschaft wieder zu versammeln. Wie ist diese Form der Gemeinschaft da charakterisiert? Es ist ja nicht mehr die Gemeinschaft des Chores oder die Gemeinschaft, die sozusagen mit einem Ziel, wie jetzt die Arbeit der Klasse oder so, als homogenisiert erscheint, sondern wie erscheint diese Gemeinschaft bei Dionysos Stadt angesprochen? Naja, ich finde, worauf es hinausläuft, ist ja das Theater, genau wie diese Veranstaltung, also die ist jetzt ja für euch jedenfalls, und für uns auch, ist eigentlich eine analoge Erfahrung. Und Theater ja auch. Erstmal sitzt man da und man kann so, bei deinen Arbeiten zum Beispiel, da kannst du ja sozusagen extrem die Physis der Schauspieler mitbekommen. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn jetzt jemand drin ist, der sagt, das stimmt schon mal nicht, dann ist mir peinlich. Aber ich sage es trotzdem, dass mir irgendwann mal ein guter Sänger hat mir mal erzählt, dass gute Sänger den Raum verlassen, wenn schlechte Sänger singen. Und zwar, weil sich die Stimmbänder, selbst wenn man nicht mitsingt mit dem schlechten Sänger, so irgendwie die schlechten Techniken kopieren. Also so Avatar-mäßig, dass man so, man guckt dem schlechten Sänger zu, und währenddessen verlernt man das Singen als guter Sänger. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber was ja auf jeden Fall so ist, ist, dass Theater eine physische Erfahrung für ein Publikum sein kann, selbst wenn es nur sitzt. So, weil man irgendwie mitschwingt, mitkopiert oder so. Und das ist ein Teil einer analogen Erfahrung, die zum Beispiel für mich dazu geführt hat, zu der Entscheidung Theater zu machen und nicht Filmen, wo es das bestimmt auch gibt, aber wo es niemand spürt, außer, also wo es die Schauspieler und die Zuschauer nicht in diese... Der Resonanzraum. Genau, der Resonanzraum. Nicht in den, nicht da reinkommen. Erika Fischer-Licht in die Feedback-Schleife, dass es sozusagen so hin und her geht, zwischen den Zuschauern und den Performern. Das heißt, ich finde, es ist eine analoge Erfahrung, und das finde ich wirklich schön an Theatern. Und all das, worüber wir hier gerade besprechen, sind unterschiedliche Wege, halt auf der Bühne Inhalt, also Form und Inhalt, weil das, was du gesagt hast, das finde ich eben extrem wichtig, dass Form und Inhalt zusammenkommen, dass nicht das eine einfach abgekoppelt ist von dem anderen, die sozusagen unsere Gegenwart repräsentieren. Und da ist die Frage des Posthumanismus eine zentrale. Und trotzdem ist ja eine zutiefst menschliche Erfahrung, die man zusammen im Theater macht. Und bei Dionysos Stadt geht es genau darum. Und jetzt zwei ganz kurze Sachen. Manchmal, wenn man... Also ich bin manchmal bei Dionysos Stadt, da bin ich immer da, wenn die spielen, ne? Und manchmal schleiche ich mich da so hinten, da kann man so durchgucken. Und ich sehe halt die Schauspieler nur im Rücken, aber ich sehe das Publikum ganz gut. Und ein Publikum bewegt sich auch krass wie ein Chor. Also die schlafen gleichzeitig ein Fass, wachen gleichzeitig auf, gucken gleichzeitig nach rechts, gucken gleichzeitig nach links. Und es gibt ja sozusagen schon so eine chorische Gemeinschaft im Publikum manchmal. Also bei Dionysos Stadt, da gibt es so Stage-Diving. Da stehen auch alle auf und machen so die Hände hoch und tragen so die Schauspieler darüber. Das heißt, es gibt da chorische Momente im Publikum. Ich finde aber für mich ist sozusagen wichtig, dass die Gemeinschaft, die sich da versammelt, wie du es gerade bei Pina Bausch auch gesagt hast, eine Gemeinschaft ist von Individuen, die sich für einen Moment, für zwei Stunden, oder bei Dionysos Stadt sind es halt zehn leider, aber für zehn Stunden darauf einigen, mit größtmöglicher Liebe, Hingabe und Ernsthaftigkeit sich einer Sache zu widmen und ausschließlich dieser einen Sache. Ohne dabei zu vergessen, dass es unterschiedliche Menschen sind, die man jetzt einfach alle gleichschalten kann. Wir hatten eine Lichtdozentin, die immer gesagt hat, überlegt euch, wenn ihr leuchtet, wie sehr ihr den Blick der Zuschauer lenken wollt. Gibt es nur einen hellen Punkt, wo man hingucken muss, oder macht ihr die Bühne frei, dass man sich das aussuchen kann? Ich persönlich glaube, dass Gemeinschaft im Theater akzeptieren muss, dass jeder unterschiedlich ist und trotzdem dazu einladen muss, sich mit einer Sache zu beschäftigen für eine bestimmte, gegebene Zeit. Okay, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir sind kurz nach fünf am Ziel eines jetzt nicht zehnstündigen, aber eben doch sechsstündigen Tages angelangt. Und ich danke, dass sie alle da waren bei Theater und Netz in diesem Jahr. Und ja, hoffe, dass alle schöne Theaterstunden haben in Berlin mit Produktionen, die wir auch alle in Berlin noch sehen können. Und danke für diesen Tag. Vielen Dank. Applaus